Kundenbewertungen schaffen Vertrauen in Ihren Online-Shop. Je mehr Sie davon haben, desto besser. Nehmen Sie deshalb die Bewertungen anderer Anbieter zu uns mit. Der Umzug ist ganz einfach. Mit den Bewertungen anderer Anbieter erhöhen Sie schlagartig die Anzahl an Bewertungen im Trust-Batch. Außerdem erscheinen die Rezensionen im Bewertungsprofil. Wir veröffentlichen nur authentische Kundenbewertungen. Deshalb müssen die Bewertungen von einem Google-zertifizierten Partner stammen und natürlich benötigen Sie die Nutzungslizenz an den Bewertungen. Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich einfach an den Customer Success Manager. Der Bewertungsimport bei Trusted Shops. Kostenlos. Mit den bereits vorhandenen Bewertungen anderer seriöser Anbieter können Sie jetzt auf einer guten Basis starten und mit unserem Trust-Batch neue Bewertungen sammeln. Denn eine hohe Anzahl von Bewertungen zeigt, Sie sind bereits am Markt etabliert.